Guten Morgen meine Lieben, wir haben heute Montag. Es ist aktuell schon 9 Uhr. Ich bin aber immer noch müde des Grauens, also ich bin natürlich schon länger wach. Aber ich brauche immer Montag ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken, bin ein bisschen am Computer gesessen, habe mir so angeschaut, also habe meine E-Mails ein bisschen bearbeitet. Ich habe meine E-Mails bearbeitet, nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Wir haben ein paar Telefonate geführt, so ein paar geschäftliche Telefonate. Es gibt also eine Kooperation, die noch nicht zu Ende ist, die auch mal bald hier fertig gemacht werden muss. Also so Sachen halt, die auch immer so ein bisschen hintenrum passieren, von denen ihr nicht viel mitbekommt. E-Mails, habe mir die Woche angeschaut, was ich zu tun habe. Ich muss auf jeden Fall meine Buchhaltung für 2019 fertig machen. Man hat ja immer Zeit, also ich habe immer bis Oktober oder so Zeit, die Buchhaltung abzugeben, möchte sie aber fertig machen. Und ich muss auch die Steuererklärung von Papa machen, die mache nämlich immer ich. Und ja, habe einige Sachen auch noch, meine To-Do-Liste zu tun, bezüglich einfach, was war es? Also Videos, Videos muss ich schneiden, ein Foto muss ich produzieren für Instagram, ein paar Storys muss ich machen. Es kann einfach so alles irgendwie dazu, über die man halt fast nie spricht. Also ich habe nie so richtig offen, also nicht so wirklich immer hinter die Kulissen blicken lassen. Also schon natürlich von meinem privaten Familienleben, aber von meinen geschäftlichen Sachen, aber nie so wirklich privat ist. Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, auf jeden Fall, da plane ich hier ein bisschen die Küche aufzuräumen, weil das schaut ein bisschen aus, also nicht so schlimm, aber ein bisschen halt. Und hinter mir auch ein bisschen. Und ich möchte mir einen Smoothie machen. Ja, ich habe Bock auf einen Smoothie und danach gehen wir ins Büro, solange die Luisa noch schläft, werde ich noch ein bisschen danach am Computer machen. Mal schauen, wie weit ich komme. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, meine Küche habe ich jetzt einigermaßen aufgeräumt, außer diesem Teil hier, weil das hat hier nicht mehr reingepasst, deswegen habe ich mal dort hier gestapelt. Ja, und hier sieht es auch okay aus, sage ich mal. Ich mache mir jetzt gleich einen Smoothie, weil ich bin nicht so die großartige Frühstückerin und habe mir gedacht, dass ich jetzt mir jetzt einen Smoothie mache. Da habe ich hier Haferflocken, das ist so ein Porridge-Mix, da sind noch Nüsse und getrocknete Früchte und Honig drin, Babyspinat, Apfel und eine Banane. Und ja, das ist mein Blender von Kenwood. Den habe ich schon mega lange, den habe ich schon mega lange auch nicht mehr genutzt, aber ich habe mir gedacht, ich habe ein bisschen Hunger, ich weiß nicht, was ich essen soll. Und sowas kann ich gut essen, weil das muss ich ja nur trinken. Ich bin ja nicht so eine großartige Esserin. Ja, da kommt jetzt mal die Banane rein. Dazu mache ich jetzt diese Alpohasenmilchmilch. Sofie. So schaut mein Smoothie aus, der schmeckt so lecker. Ich sage es euch, diese Haselnuss von Alpoha, diese Milch, diese Ersatzmilch, die schmeckt so gut. Also die ist wirklich so lecker. Müsst ihr mal probieren. Das würdet ihr, also nur wenn ihr Haselnüsse mögt natürlich. Es schmeckt ein bisschen wie so Nutella, also im Abgang wie Nutella. Ja, auf jeden Fall trinke ich jetzt mein Smoothie, der ist super lecker. Ich habe jetzt, ich glaube, hier gesehen, Banane, ein Apfel, ein bisschen Babyspinat, ja so zwei Handvoll Babyspinat und einen guten Schluck Haselnussmilch und dann Haferflocken. Ja, Haferflocken habe ich eigentlich nur deswegen reingetan, damit er mich auch gut sättigt. Läscht rohrein, ist ein bisschen dünn. Muss man sich richtig anstrengen zum Trinken, aber sehr gut. Ja? Bin hier im Büro. Bin hier im Büro. Bin hier im Büro. Mama, wo bist du? Hallo. Hallo Babygirl. Oh, hast du meine Airpods gebracht? Ja. Danke. Die Sosie hat's kaputt gemacht. Soll mir mal herzellig sein, schau mal. Die Sophie. Kann man gar nicht. Mama? Ja? Komm zu Mama, hallo Hasi. Hast du gut geschlafen? Ja. Ja? Bist du mein Häschen? Ja? 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 Max, du jämmer. Bist du jämme. Bist du jämme. Leckas. Bist du märk? Bist du jämme. Wie ihr gesehen habt, schläft die Luisa in ihrem Bettchen. Dass das so schnell geht, hätte ich nie im Leben gedacht. Ich habe seit dem letzten Mal, wo ich geblockt habe, mich eigentlich jetzt ausschließlich schnell um dieses Zimmer gekümmert, beziehungsweise mehr ums Bett. Das ist nämlich im Zuge einer Kooperation, da musste ich ein Foto davon machen und so weiter. Deswegen habe ich mich darum gekümmert, dass ich das beziehe. Wir haben eine neue Matratze gekauft und ich habe die jetzt gleich heute bezogen neu mit der frischen Bettwäsche und gleich alles hingeräumt und ja, das war eigentlich mein Beschäftigungsprogramm für danach. Und ja, dann habe ich die Mädels geholt und wir haben noch was gegessen ganz schnell und ja, dann war ich schon Nachmittag. Ich meine, ich bin ja gespannt, wie das funktioniert. Ja, sie hat ja ein bisschen so im Bett gespielt nach dem Mittagessen, hat sie ein Buch da drin gelesen und ist die ganze Zeit herumgehopst da. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ob es am Abend auch so funktioniert, ob ich sie denn wirklich schon abnabeln werde, ob ich das kann. sie ist ja noch mein kleines Baby. Für mich ist sie immer noch die kleine Luise. Ich kann sie nicht fassen. Ja, aber ich stille die Luise halt noch und ja, es ist ja halt natürlich mein Wunsch, sie bald abzustillen. Aber das ist nicht so einfach. Das Langzeit stillen war von mir nie so geplant. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Ich finde, es stört mich jetzt nicht. Aber es ist natürlich nicht so ohne das Langzeit stillen. Ich kann dazu gerne mal ein eigenes Video machen für die Leute, die das eventuell interessiert. Weil ich glaube, dass es auch ziemlich spannend sein kann. Eventuell für andere oder mehr oder weniger. Aber grundsätzlich, ja, das Langzeit stillen war ja, wie gesagt, nie so geplant von mir. Es hat sich irgendwie so reingefuchst. Und diese Luise hat schon fast zweieinhalb und ich stille sie immer noch. Natürlich nicht voll. Natürlich isst sie ganz normal ihr Frühstück und ihr Mittagessen und ihr Abendessen. Aber die Luise braucht halt stillen zum Schlafen. Sie hat einen Schnuller gehabt. Habt ihr vielleicht im gestrigen Vlog gesehen. Den habe ich nämlich extra gekauft für die Luise. Einfach nur, weil ich gedacht hatte, dass wenn ich ihr den Schnuller gebe, dass ich sie schneller abstillen kann, weil ich muss sie halt abstillen. Ja, ich war mit ihr nämlich beim Zahnarzt, das ist, ich glaube, so eine Woche her ungefähr. Und da ist halt rausgekommen, dass die Luise Karies hat an zwei Stellen. Und die Zahnärztin gemeint hat, dass sie es auf jeden Fall still Karies ist. Ja. Und ich soll sie halt abstillen. Ja. Deswegen weiß ich nicht. Wie gesagt, entweder abstillen oder nach dem stillen Zähneputzen und das ist echt nicht so einfach, wenn das Kind eingeschlafen ist, die ja dann die Zähne so putzen. Das gestaltet sich meiner Meinung nach als sehr schwierig, vor allem wenn sie dann wieder trinken wird. Also. Ähm. Ja. Ich muss auf jeden Fall das Zu-Bett-Schlafen-Stehlen. Zu-Bett-Stehlen. Äh. Das Einschlaf-Stehlen. So heißt das. Das Einschlaf-Stehlen. Müsste ich theoretisch abschaffen. Dann könnte ich sie weiter stillen. Zum... Am Morgen oder so. Aber ich denke mir, wenn ich sie schon abstille oder abgewöhne, dann denke ich mir so lieber ganz. Lieber einen ganzen Cut durch. Aber ich weiß noch nicht. Mein Plan. Ich habe schon viel darüber gelesen, aber ich traue mich noch nicht zu starten. Und äh. Ja. Ich weiß nicht, wie das schaffen soll. Aber. Wir werden das sehen. Ah ja. Und heute kommt ja da kein Video pünktlich. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es später online stellen soll oder morgen erst. I don't know. Ja. Bis später. Lisa. Zeigst du dem Papa dein Bett? Kannst du mir dein Bett auf dein Bett bekommen? Ja. Sehr bald. Ein Bett. Ein Bett. Ein Bett. Wie ist das Bett gesessen, Lara? Ja. Warum ist denn die Switch dort? Ja. So würde ich auch schlafen. Papa schau. Sie zeigt dir ein Kunststück. Zeig mal. Wow. Sehr gut. Hast du dir weh getan, Lara? Nein. Wer hat denn hier jetzt gespielt, das? Und wer hat Nintendo gespielt? Ja, tut das wem aus? Ah, er wusste es nicht. Tut das du jetzt? Papa weiß das nicht schön. Sehr schön gefahren. Darf der Papa hier schlafen? Nein. Darf der Papa in dein Bett schlafen? Ja. Ja. Nicht? Dann schläfst du in dein Bett, bitte. Hättest du wohl gern, Papa. Mit Mama kuscheln ist auch noch immer... Ja, ich will auch ein bisschen Platz im Bett haben. Tja. Dann kommst du, dann kommt der Pip, dann kommt diese, dann kommt die Mama auch noch. Oh, und die Mama ist die... Und ich schlafe auf die Kommode. Oh, du Arme. Luisa, nicht ins Ohr stecken. Oh. 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 Was spielst du denn da, Lara, auf der Switch? Oh. Mario Party. Mario Party! Voll cool. Oh. Schau, die kuscheln jetzt alle hier. Ich hab es gewusst, die Lara sitzt auch hier. Oh. 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 Oh, mir kam heute nicht besonders viel. Video schneiden. Video schneiden. Papa, ich will mit dir das noch spielen. Woher hat die Sophie denn dieses Grot schon wieder, Papa? Hast du ihr das gegeben? So meine Gemütchen ist im Badezimmer, ihr hört schlecht die Wanne. Ich werde mir jetzt ein gewissliches Bad gönnen. Ich habe mir auch seine Badebombe geholt von LUSH. Und ich habe extrem, also die Blasentzündung ist gestern Abend besser geworden. Und jetzt wieder schlechter. Und ich war heute nicht bei einem Arzt und das ärgert mich so. Ich war nicht selber. Aber ich hoffe, dass das... Ich war auch nicht eine Nieren-Tee oder Blasentzündung. Ich habe heute einfach gearbeitet, aufgeräumt, hergeräumt, hingeräumt und wieder gearbeitet. Und gegessen habe ich meine Kinder umsorgt, natürlich umsonst alles mögliche, am Haushalt gemacht. Deswegen, wenn ich mir jetzt ein Bad, ich hoffe, dass es besser wird. Wenn nicht, muss ich morgen wirklich zum Arzt oder zumindest zur Apotheke mir was holen. Und, ja, jetzt mal hier schön baden. Let's go. Oh my God, so schön, oder? Ja. Und ich werde mich jetzt aber vom Vlog verabschieden. Dass ich ein genüssiges Bad nehmen und dann den Tag aufklingen lasse. Mein Papa kümmert sich sehr weit um die Kinder. Und, ja, gute Nacht, mein Lieb. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik